Manchmal fällt mir da mehr ein als im Englischen. Manchmal fällt mir da. Okay? Mhm. Die Lieve. Hier. You have to be always here in this way. The position I told you is still here. This is really comfortable. Really? It doesn't look like that. Nothing. Okay. I mean, every time they have... I need a lonely. Every time they have the Garocha later, it's comfortable. You find the balance, okay? In the Garocha, when you find the balance, okay? It's not. Really. Here. Okay? And this over to the ground. I'm showing that's how it is. Why we have the ice here? This is. It's pretty. Like we have the cows over there. Yeah. I mean, the cows know the wood. Okay? This is. This is a bad feeling. Okay? And you have the work that we were across. Normally, I don't let the Garocha move from the place. Das ist die beste Training, die wir hier machen müssen. Wir müssen lernen, um mit der Garocha zu gehen. Ich habe versucht, die Banner zu finden. Die Hand ist, dass sie nie die Garocha zu nehmen. Okay? Never holding the Garocha. Hier. Okay? Es ist immer auf der Finger. Das ist nicht total weg. Dann geht's nicht rein. Sie möchte das. Dazu kommt. Sehr gut. Jetzt neue Garocha. Für die Pirouette. Hier. Probierst du die Garroche, die Hände des Hohes, auf die Garroche. Und wie machst du die Garroche? Jetzt. Verstehst du das? Die Leute machen das, richtig? Nein. Das ist unser Thomas. Der Hohes schaut nach der Garroche. Ich bringe den Hohes nach der Garroche. Vielleicht ein Gallof. Das ist nicht gut. Ja.